Erich, wir sind bei DADOR Tischlerstube. Das ist ein Geheimprojekt. Pssst! Ich bin sowieso planlos. Okay, wir sind hier bei DADOR Tischlerstube. Der Erich tut gerade Planschauen, weil wir draufgekommen sind. Wir bauen so einen Kinderturm zusammen. Und wir sind draufgekommen. Erich, auf was sind wir draufgekommen? Sollen wir nur so intuitiv arbeiten, dass das nicht klappt? Genau, jetzt haben wir das viermal schon zerlegen müssen. Und nach dem vierten Mal haben wir beschlossen, laut Plan zu arbeiten. Und jetzt müssen wir sagen, es passt total, oder? Ich glaube, ich bin trotzdem noch planlos. Okay, ehrlich, wie viele Brillen muss man aufsetzen, um wirklich hochwertig arbeiten zu können? Eine Brille wegen der Sonne und die andere Brille, dass ich scharf sehe. Wenn ich runter schaue, sehe ich scharf. Wenn ich oben sehe, sehe ich verschwommen. Aber nicht so hell. Ganz einfach. Okay. Wir bohren hier die Teile vor, die quasi den Turm zusammenhalten. Hier haben wir mit 10 mm Sechskant. Sagt man zu dem Sechskant. Das sind Sechskanten? Ja. Und jetzt verschrauben wir das hier. Jetzt kommt hier oben noch dieses Brett. Wir haben das gerichtet schon mit Schrauben. Erich, schrauben wir das gleich raus. Das hier. Das kommt hier raus. Das ist das Fenster zum Buch. Wir haben den Turm in die Waage gestellt. Aber das Video ist eigentlich jetzt schon beendet, oder Erich? Wir wollten nur damit sagen, dass wir quasi laut Plan arbeiten sollen. Zur nächsten Baustelle sollten wir nach Plan und nicht nach Gefühl arbeiten. Genau. Wir verabschieden uns. Wir sagen Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Es war nur ein kurzes Projekt. Hier ist es sehr schön. Wir sehen hier recht viel Ausblick, Aussicht. Wie sagt man, Erich? Egal. Auf jeden Fall. Wir sagen Danke. Und immer haltet euch an dem Plan. Erich hält sich nicht gerne an dem Plan. Ich schon. Wir haben das in Wirklichkeit nicht viermal zusammengebaut. Es war zwölfmal. Tschüss, Baba. Abonniert den Kanal. Drückt Gefällt mir. Da oben drauf. Erich, nimm ein paar Brille herunter. Tschüss. 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 Vielen Dank.